Die Natur ist unser Vorbild. Saubere Luft ist unser Anspruch. Wir glauben an die Zukunft des Feuers. Seit über 40 Jahren stehen wir für die vielleicht besten Kaminöfen. Gebaut in unserer Manufaktur. Nachhaltig, regional und mit all unserem Wissen. 100% made in Germany. Ehrliches Handwerk und Innovationen gehören für uns zusammen. Auf Basis unserer Tradition im Kaminofenbau denken wir immer einen Schritt voraus. Wir wissen, wie sauber Kaminöfen heizen können. Mit all unserer Kraft arbeiten wir an der Innovation des Feuers. Und wir haben unser Ziel erreicht. IQ. Das intelligente Feuer. Wir stellen euch eine Innovation vor, die für Hase eine neue Ära des Feuermachens einläutet. Wir präsentieren euch heute die Hase IQ Technologie. Ich bin IQ. Ihr Sonne IQ. Ich bin IQ. Ich habe das hier mehrfach bei uns im Unternehmen kundgetan. Ich vergleiche uns derzeit, bis vor ein paar Monaten sind wir noch ganz normal analog mit unserem Auto durch die Gegend gefahren. Und heute lassen wir uns autonom durch die Gegend fahren. Einmal Feuer machen und um nichts mehr kümmern. Ein einfacheres Brennen als mit dem Hase IQ gab es noch nie. Da passiert was, was man von Hand niemals machen konnte. Also ich habe nie gedacht, dass man mit elektronischer Regelung einen Kaminofen so gut betreiben kann. Also ich bin da absolut fasziniert davon. In IQ steckt all unser Wissen in Brenntechnik. Aber wie funktioniert IQ genau? IQ revolutioniert das Kaminofenfeuer. Sekundengenau wird die Temperatur im Brennraum analysiert. Der Mikrocontroller unterhalb des Feuerraums wertet die Daten aus und steuert vollautomatisierte Lüftungsklappen. Die Sauerstoffzufuhr ist jederzeit perfekt. Das Feuer brennt unter optimalen Bedingungen. Emissionen werden auf ein absolutes Minimum reduziert. Das Kaminofenfeuer wird so sauber wie nie. Per App lässt sich die Performance des Ofens jederzeit einsehen. Der richtige Zeitpunkt zum Nachlegen wird am Ofen und in der App angezeigt. IQ. Das intelligente Feuer. Die IQ-Öfen schaffen es jetzt durch die Regelung außerdem, dass man diese guten Prüfstandsergebnisse ins Wohnzimmer transportieren kann. Man kann also mit gutem Gewissen daheim Feuer machen. IQ. Das ist eine gute Idee. IQ. Die IQ-Öfen schaffen es jetzt durch die Regelung außerdem, dass man diese guten Prüfstandsergebnisse ins Wohnzimmer transportieren kann. Unser Anstreben einer Entwicklung eines neuen Kaminofens endet nicht damit, dass wir die Sollwerte erreichen, sondern wir treiben die Entwicklung so lange, bis sich wirklich an unseren Prüfstandswerten nichts mehr positiv wie negativ verändert. Das heißt also, man ist irgendwo on top angekommen. Es geht nicht mehr. Im Mikrocontroller läuft die von uns entwickelte IQ-Software, die für jeden Ofentyp individuell angepasst ist. Sie erfasst die Temperaturdaten vom Sensor, analysiert sie, verarbeitet sie und berechnet die Motorpositionen und steuert somit die Positionen der Luftschieber und unserer drei Luftströme. Der Scheibenluft, Rückwandluft und der Rostluft. Somit ist gegeben, dass im Brennraum immer die ideale Temperatur und Sauerstoffkonzentration vorherrscht und die Bedingungen für eine ideale Verbrennung gegeben sind. Ich bin IQ. Ja, tosse IQ. Ich bin IQ. IQ. Ich bin IQ. Wir haben also vor zwei Jahren die Ausrichtung gehabt von unserer Geschäftsleitung. Bitte, liebe Produktentwicklungsabteilung, baut uns Zero Emission. Und mit dem blauen Engel sind wir nicht weit davon weg. Das IQ Upgrade IQ Plus. Mit dem blauen Engel. IQ Plus ergänzt die IQ-Technologie um eine katalytische Technik im Ofenkörper. Die Kriterien des blauen Engels werden in jeder Brennphase sichergestellt. In der Abgasleitung sind keine Zusatzkomponenten nötig. sauberes Feuer. Zertifiziert mit dem Umweltzeichen blauer Engel. Verfügbar in SILA, SILA Plus und Lima. Wir haben die Hase IQ Technologie entwickelt für unsere Kunden, die in Zukunft gerne zukunftorientiert ausgerichtet sind. Und wir glauben, dass wir mit unserem extrem sauberen, innovativen Feuer die Zukunft für uns beschrieben haben. Unsere Hase IQ Ofen sind zu 100% hier in Trier gebaut. Das heißt, wir produzieren komplett alles hier am Standort. Wir legen starken Werte drauf auf diese Lokalität. Und wir legen sehr starken Werte drauf, dass auch unsere Rohstoffe nachhaltig eingesetzt werden. Ich bin IQ. Ich bin IQ. Ich bin IQ. Ich bin IQ. Die IQ-Technologie sorgt für eine ganze Menge Vorteile. Im Vordergrund steht die extrem saubere und schöne Verbrennung sowie der hohe Bedienkomfort. Man zündet das Feuer einmal an und muss sich um nichts weiter kümmern. Die Temperatur im Brennraum wird kontinuierlich überwacht und die Luftzufuhr automatisch geregelt. Zusätzlich informiert die IQ-App jederzeit über die Performance des Ofens. Der perfekte Zeitpunkt zum Nachlegen wird am Ofen und in der App angezeigt. Das ist praktisch, genauso wie die gesamte IQ-Technologie. Sie ist langlebig und wartungsarm. Es sind keine Zusatzkomponenten in der Abgasleitung erforderlich. IQ Plus mit katalytischer Technik ist zertifiziert mit dem blauen Engel. IQ – das intelligente Feuer. Dass man in dem Ofen Temperaturen misst und über diese Temperaturen eine optimale Luftzufuhr einsteuert, ist eine absolut tolle Innovation. Ich bin IQ. Ich bin IQ. Ich bin IQ. Ich bin IQ. Ich bin von dem Produkt überzeugt, ich mag die Umgebung, ich mag meine Kollegen, ich mag die Vielfältigkeit der Arbeit und ich mag die Sinnhaftigkeit der Arbeit. Wir machen keinen Unsinn, wir machen keine Schein-Sachen, keine Schein-Entwicklungen. Alles, was wir machen, ist durchdacht, ernsthaft, folgt einem Ziel und macht Sinn. Ich bin IQ. Hier bei der Firma Hase ist es für uns als Entwickler ein Traum zu arbeiten. Wir können sehr frei arbeiten, man lässt uns freie Hand, also ist extrem angenehm hier als Entwicklungsteam zu arbeiten. Ich hatte immer das Gefühl, du arbeitest im richtigen Unternehmen und ich weiß, was mich auch ein Stück weit stolz macht. Ich arbeite beim besten Hersteller in der Branche. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl, ein Teil von einem Unternehmen zu sein, was von sich behaupten kann, das was wir hier machen in Trier ist einzigartig und ich darf das Ganze schon länger wie 30 Jahre mit begleiten. und so. Also es ist schon für mich mehr wie ein Arbeitgeber. Ich bin IQ. 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 Bist du IQ? Bist du IQ? Begrüßt